Der Winner des Matches ist Alexander Poole! Ich werde so lange hier in Deutschland bleiben, bis einer von den Jungs da hinten es schafft, mir diesen Tieten abzunehmen! Was machst du da? Wir sind SL und ab jetzt machen wir Auge! Anfang März habe ich es geschafft, mir zum zweiten Mal den Weg zu Schattel-Titel zu erkämpfen. Und ich habe euch versprochen, dass ich so lange in Deutschland bleiben werde, bis es jemand schafft, mir diesen Titel abzunehmen. Ich wäre lieben gern der Verantwortung nachgekommen, man hätte diesen Titel sehr gern verteidigt. Aber leider Gottes hat auch mir die Corona-Krise einen Strich zu stellen gemacht. Werde ich hiermit als Shotgun Champion zurücktreten! Der Front der Sommerabendung ist der Rockland. Der Front der Sommerabendung ist der Rockland! Der Welt ist der Rockland. Der Welt ist der Rockland! Endlich. Zweieinhalb Jahre hat es gedauert. Axel, der X-Man-Tischer, tritt an gegen den zurückkehrenden Metehan. Jetzt!